Hallo Leute, ich habe ein Platzproblem, aber nicht das, was ihr meint. Ich zeige euch mal, worum es geht. Im Zuge von meinem Selbstprojekt, ob ich halt eben hier diese Frühstücksbretter gewinnbringend verkaufen kann, habe ich natürlich ein entsprechendes Verpackungsmaterial gekauft. Jetzt habe ich hinter der Kamera schon so ein bisschen rumprobiert und habe ein paar Prototypen gebaut, dass halt eben auch größere Schneidebretter im Online-Shop halt eben drin sein werden. Und dafür habe ich jetzt vor kurzem wieder Verpackungsmaterial gekauft. Und das holt so viel Platz weg, ich zeige es euch mal. Also, worum geht es? Ich habe große Schneidebretter gemacht und dafür braucht man große Verpackungsmaterialien. Damit die nicht ganz, ganz teuer sind pro Stück, habe ich natürlich direkt ein paar mehr bestellt, wobei das hier immer noch relativ wenig ist. Und die sind halt eben super groß. Die holen super viel Volumen in Anspruch und dafür will ich ein Regal bauen, was halt eben das Ganze ein bisschen löst. Im Zuge, im Zuge, im Zuge dessen, habe ich jetzt auch wieder weitere neue Produkte, die man individualisieren kann. Das sind zum einen Schieferplatten, darum geht es heute aber auch nicht. Das bedeutet, ihr merkt viel Ware, die halt eben auch von hier versendet wird. Und deswegen muss ich das alles ein bisschen managen, damit es halt eben in Zukunft funktioniert. Und weil hier dieser schicke Laser jetzt schon seit Monaten auf meinem schönen Schreibtisch steht und der komplett belagert wird, soll der auch im Zuge dessen, ihr merkt es im Zuge, Zuge, Zuge dessen, soll der auch so ein bisschen besser untergebracht werden, damit ich hier effizienter arbeiten kann und nicht so ein Sau-Ecken habe. Das bedeutet, hier soll eine große Verstau-Möglichkeit für die vorgefertigten Produkte sein, für das Verpackungsmaterial und irgendwie soll der Laser auch noch untergebracht werden, wobei ich nicht genau weiß, ob das in dem Regal passieren wird. Und dafür müssen wir jetzt was bauen. Zum Glück habe ich die Pendelsäge, denn damit geht es jetzt los. Hauptschalte ein. Zum Glück habe ich das. Ganz schön viel Holz auf der Säge. Ich muss jetzt schon sagen, vom Arbeitsablauf ist diese Pendelsäge genial. Gerade hier bei diesen Fichtenbohlen, das waren Baubohlen, da waren jetzt ein paar dabei, wo ich halt eben diese Betonreste nicht wirklich gut wegbekommen habe. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Hier sieht man es, ich habe hier relativ lange hier mit diesem Bürstgerät auf einer Stelle rumgejagt und hier sind dennoch ziemlich große Betonreste noch draufgeblieben und da bin ich sogar echt nicht schmerzgenug frei, um die noch durch die Hobelmaschine zu knallen. Was meine ich damit für die Leute, die nicht so lange dabei sind? Ich habe hinten eine Hobelmesser-Schärfmaschine, aber ich weiß, dass wenn ich das da hobel, das dann schon extrem krass sein wird. Normalerweise ist es so, wenn man solche Baubohlen auf den Messern hobelt, kann man danach schon noch was arbeiten. Man merkt, dass sie nicht mehr so scharf sind, aber diese Betonreste würden definitiv die Messer extrem ruinieren und das ist sogar mir dann zu viel, das ist also Brennholz. Apropos hobeln, da geht es jetzt los. und da geht es jetzt los. und da geht es jetzt los. Check, check. . Vielen Dank. Gucken wir mal, ich bin heute nicht alleine in der Werkstatt, winkt mal. Was soll ich sagen, das Regal hängt. Jetzt werden wir es mal befüllen, aber ich zeige es euch vorher noch mal ganz kurz. Wisst ihr was, ich befülle es erstmal und dann zeige ich es euch. Teil 1 meines neuen Arbeitsplatzes ist eigentlich schon fast abgeschlossen. Ich habe jetzt jede Menge Stauraum, auch bis unter die Decke, gerade für die Kartonagen, die ich dann ein bisschen länger lagern kann, oben ganz auf dem Regal. Darunter ist ein bisschen Lager für fertige Produkte. Und da wird jetzt auch noch die nächste Zeit ein bisschen was dazu kommen. Und hier unten ist halt eben so ein bisschen der Platz für die Produkte, die dann öfters und schneller rausgehen können. Da komme ich direkt dran. Und unten drunter habe ich jetzt natürlich auch noch ganz viel Platz, um meinen Schreibtisch mal richtig benutzen zu können. Thema Schreibtisch. Der Laser hier steht hier eigentlich super blöd, aber ich werde im nächsten Video das Ganze dann noch ein bisschen ausbauen. Da wird nämlich noch ein zweiter Laser dazu kommen, damit ich hier halt einfach perfekt aufgestellt bin, dass ich alle Arbeiten ideal hier in dieser Station dann halt eben ausführen kann. Das soll es euch heute gewesen sein und bis zum nächsten Video. Sag ich tschau. Sag ich tschau.